Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Resident Evil Village. Ja, mein Lieben, hier steht, good luck. Und wir werden mal gucken, was uns hier erwartet. Wenn es euch gefällt, ekelhaft, wenn es euch gefällt, dann lasst das Däubchen da, meine Lieben. Und, ja, wir müssen erstmal gucken, was hier Phase ist. Denn hier rennt irgendwas, rennt hier rum. Okay. Ähm. Das klingt schon komisch. Oh. Oh, nicht doch. Bleib liegen, okay? Bleib doch liegen. Okay. Bleib einfach liegen. Besser ist das für dich. Okay. So, dann werden wir ganz fix nachladen. So. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Nee, hier haben wir nichts. Hier liegt. Okay, hier haben wir was. Komm mal, Sau, du. Wo jetzt fix nachladen. Ey, sag mal, wer wirft denn hier mit? Alter. Nee, stark. Hau ab. Hau ab. Kann denn das die Möglichkeit sein? So, warte, wo ist diese kleine Gräbel? Die kleine Mistmale. Alter, da ist ja noch so Mist viel. Wo ist der? Alter. Jetzt müssen wir aber erst mal hier ein bisschen, ne? Ja, wird auch mal ein bisschen. Ja. Schick, 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 schick. Okay, wartet mal. Können wir uns noch mal ein bisschen? Ja. Ja. Okay, haben wir noch ein bisschen Munition. Jetzt sind wir denn hier gelandet. Wo sind wir hier nur gelandet? Alter. Das ist ja schon wieder jenseits von gutem Böse, ja. Ach, ne, klar. Ne, bei nicht. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Oh, die Gräbel. Die bleibt schön, oder? Ist ja. Die bleibt es auch schön, oder? Hau da ab. Okay, wunderbar. Haben wir das schon mal? Alter. Warum stehen hier solche Kisten rum? Mit Sprengkraft. Hat da wieder irgendeinen Grund? Müssen wir da irgendeinen Grund haben? Wartet mal. Wo ist die Kiste? Wo zum Geier ist die Kiste? Wie kriege ich dieses Tor auf? Hm, viele Fragen ist vor... Okay, kann ich nicht öffnen, eben? Schade, schade, schade. Ja, wie krieg's? Warte mal, irgendwo muss hier eine Kiste sein. Aber wo? Irgendwo muss hier eine Kiste sein. So, nur Sprengstoff für das große Monster, okay. Kiste gibt's später, komm ich automatisch dran vorbei. Okay. Okay. Ah, warte, so krieg ich das Tor auf, okay. Mist da. Jawohl, jetzt mischt da rüber. Blabber. 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 So. Weg dort. Weg dort. Weg dort. nachleiden ja der ist weg okay du bleibst mal schön unten mein freund wunderbar so wartet jetzt müssen wir ganz kurz hier noch ein bisschen erst mal nachladen die will ist quasi wieder vorbei interessant hier haben wir warte mal hier haben wir doch auch nicht öffnen schade okay wenn ich wette mit euch wenn ich das jetzt aufmache dann kommt wieder so eine welle da kommen wir jetzt dorthin erst mal nachladen ob man nicht passt so nur lauf junger alter wo geht es denn hier hin fest hier ist ein speicherpunkt das ist nie gut ein speicherpunkt ist nie gut aber wir waren da noch speichern man weiß ja nie man weiß ja nie auch nö auch nö das alleine ist schon hier schon wieder das muss ja nest sein ganz komisch alter ist schon agai nicht gut nicht gut nicht doch nach schwinden so warte 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 so warte jetzt müsste ich aber erstmal hier keine fresse so aber keine muni mehr ähm gar nicht gut ist gar nicht gut nicht gut nicht gut so kannst du gar nicht gut lauf junge lauf alter was soll denn das nein 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 so warte wo haben wir denn ich brauche hier ein bisschen ist nicht gut ich brauche hier ein bisschen die lauf doch junge aber nicht gut aber nicht gut die weit für heute mal aber die weit für das zu viel glück also ein bisschen nachladen nachladen und hierüber flitzen aber ganz fix aber ganz fix wir brauchen den granatwerfer einfach in den lauf vor ist lauf ohne ohne das ist nicht mein ding und da ist weg versteckt hau doch wo ist jetzt das riesen bier irgendwo ist ein riesen bier noch alter war doch irgendwo noch so riesen bier wo ist der war es das jetzt schon mehr oder das war es da jetzt noch nicht oh Oh Die Seil trinkt nochmal Oh Nein, nein, nee Nichts doch, nichts doch Ach komm, ach komm on Junge Komm schon So Wir nehmen das jetzt und rennen Wir nehmen das jetzt und rennen So Genau Wo sind sie? Wo sind sie? Hier ist noch ne Tür Oh ja Okay Okay Gut ist, dass sie hier schon mal nicht reinkommen Alter So wartet Erstmal Ey wir haben so gut wie So gut wie keine Muni mehr Ja Das ist so Das funkt gar nicht gut Ah Das ist so So ganz und gar schlecht So 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 Ich bin klein Brauch ich noch was Ja Wir haben das Ah Ich höre schon wieder was ganz komisches Ich höre schon wieder was ganz komisches Ah Ne Ekelhaft Ach Ach du Heimatland Das ist doch nicht wahr Ja Du mach Ach Ach Äh Das sind die Den Zeremonienplatz mit vier übermächtigen Statuen Die Höhle mit Wandmalereien Und einen steinernen Sockel Den sie den Kelch des Giganten nennen Wer hat all das erschaffen Wo kamen der oder die Erbauer her Und wo sind sie hin Es wurmt mich dass wir diesen Ort ohne dies Wissen hinterlassen müssen Okay Mein lieben YouTuber Rinos Wenn euch das bis hierhin gefallen hat Und ihr mehr sehen wollt ne Dann schaltet wieder beim nächsten Mal ein Wenn es wieder heißt Fürchten mit Excel Diesen Sinne Tschüss und Ciao